Jede Menge Materialien. Also was schicken wir einfach... Wobei, schicken wir euch darüber. Weil ihr seid meine schnellste Einheit. Ihr könnt einfach mal gleich klären gehen. Da haben wir jetzt ein paar Berserker. Nein, sind wir nicht. Mist. Und mein letztes Safe liegt eine Viertelstunde zurück. Wobei das Autosave... ...nicht mal so lange her ist. Wir sind fast da! Aha. Goblin-Außenposten, Eingang zu den Höhlen. Mhm. Oh, tötet das Vorrokodil, das die Stadt zerstört hat. Im Briel. Straf den Riesen. Stiefel vom Fabrik. Chaosgewölbe. Mhm. Mh. 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 Da haben wir nicht, da ist unsereっていう... Da haben wir nicht viel Auswahl... Ja. Chaosgewölbe. Behausung des Riesen... Die bringt uns... die Behausung des Riesen.. Ich kann zwar da hin, aber Nee, nix Ich komme nämlich leider auch nicht an die Riesenkeule ran Für den Fall, dass ich die einsammeln muss Als Beweis Und toll, ich muss wieder die gesamten Chaos-Außenposten da oben Zu so Brei schlagen Die beiden muss ich auch lernen Und so nehmen wir die mal alle raus Also da unten hätte ich gerne den Dann hätte ich gerne den Schild Dann hätte ich gerne Glück Und dann hätte ich gerne den Eis-Zauber Danke Und ich kann leider die Geschwindigkeit nicht erhöhen Für dieses Spiel Oder? Nein, nur die Textgeschwindigkeit Tastenzuweisung Vorwärts, links, rechts, laufen Äh? You have come to the master Aha Einheiten-Inventa Laufen Was auch immer laufen sein soll Kamera Karte Hilfe Auftragsliste Charakterstatistik Äh? Enzyklopädie Stadtliste Schnellladen Informationen anzeigen Oberfläche an Aus Chatten Zauber Spezialzauber Letzten Zauber Erneut anwenden Einheiten Position Einheiten Angriff Befehlen Nächste Einheit Alle Einheiten Warte jetzt noch mal Was war was? Hier Einheiten Anzugreifen Halten Position Halten Und Berserker Haltung Vorrücken Ist V Kampfbereit Machen Okay So Dann holen wir erstmal die Oinkies da wieder Speichern Damit wir den Chaos Posten machen können Aha Ja Dann machen wir die anderen Sachen Da tun wir auch gleich Bril helfen Wenn wir schon da oben sind Mal gucken was dabei rumkommt Ist blöd dass wir jetzt Zeit verschwendet haben Dadurch dass ich vergessen habe zu speichern Aber Ist halb so wild Aber ja ist wirklich doof dass wir Quests kriegen von Sachen Ähm Die wir gar nicht angreifen können Außer wir verfeinden uns mit denen Oder Quests zu spät kriegen Wenn wir sie nicht mal mehr abschließen können Das ist halt schon ein bisschen nervig We're almost there So Speichern Naja wir können ja Quicksafes benutzen Weil die Dinger verschwinden eh wenn wir laden Ich weiß nicht warum sie das tun Ich weiß nicht warum sie bei unserem Original Safe nicht verschwinden Good Well we don't know At your service Und wenigstens haben sie die Feuerdämonen, die kleinen, etwas schwächer gemacht. Das ist alles, du bist ein Tod. Auf Ihren Service. Ja, wir wissen nicht. Knapp. Krieg ich die Heilung durch? Ja, ich krieg die Heilung durch. Was? Catch this! Catch this! Oh! Catch this! So, Vorrücken funktioniert recht komisch, muss ich sagen. Ich hab das ältesten Zepter einsammeln können. Fyre! Catch this! So, meine Kämpfer haben auch die nächste Stufe erreicht. Ja, wir wissen nicht. Fyre! Ja, wir wissen nicht. Fyre! Fyre! Ja, wir wissen nicht. Ich brauch die da wieder weg. Das das nur alles! Du bist ein Tod, Mann. we're almost there that's all you're a dead man so ihr kriegt gerade irgendwie keine erfahrungspunkte mehr doch jetzt kriegt ihr wieder welche. Oh, da war ich zu langsam. So, gucken wir erst mal das Weg hier. Umswitchen. So, ihr seid voll. Wir würden sagen, wir latschen einfach in das Zeug rein, bis wir alles eingesackt haben. Okay, ihr seid voll. Ihr seid voll. Ihr seht, ihr seht, was brennt. Ich bin schon wieder weg. Ja. Zu der Wettbewerbe. Ich bin schon wieder weg. So. Alle vollgepackt. Bis zum Bersten voll. Aha. Gut. Gut. Dann würde ich aber sagen, wir speichern an der Stelle dann mal. Aha. Auch wenn wir jetzt nur einen Teil von dem nachgeholt haben, was wir bis jetzt gemacht haben. Menü. Wir speichern. Überschreiben unseren normalen Let's Play Save. Und dann machen wir hier erst mal einen Cut. Also, bis gleich. Und dann noch ein bisschen More. Einiges.